Es sei hier... Okay... Wo ist jetzt C... C... F... G... Ne, falsch! Warte, da steht C E G E C C... F... C... E... F... Feil! Das geht C E G E C C E G E C Es darf C dann wieder drauf gehen C E E H Oh... Pfff... Tiff you man! Fuck! Den , Tiff you... What the f... die 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 sie sie die ich hab keine Ahnung sie die was sie die 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 mach ich das jetzt soll ich von hinten anfangen oder was sie 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 e g t e e t g g was ist das bim 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 was ich schick das gar nicht ich bin weg Tys ich bin weg ich hab kein Bock mehr echt ich hab kein Bock mehr so welche dummen Quests zu machen Quests 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 ganz normal was passiert einfach gar nichts wow wollt ihr mich alle verarschen und jetzt hab ich keine Waffe und da direkt vor mir ist jemand bei Pleasant Park ich warte nicht in einem Trost gegen das fünften kann da 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 warte da 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 war trotzdem dass Pistol schrottig und ich hab nur 16 Schüsse 16 Schüsse muss ich mir richtig aufsparen um letzt zu überleben nicht im Haus ist niemand mehr da ist niemand mehr drin da liegt eine Waffe eine etwas bessere die schon alle Spieler tot oder was? ist gar nichts mehr da die haben alle Pumps aber das war so cool Uuuul! Uul! Uuh! Uuh! Joss! Grenade mach mal Leben! Digga! Perfekt Bruder! Perfekt Grenade! Perfekt Bruder! Perfekt! Perfekt! Perfekt Bruder! Suggestion! let's go! die 4 den kann ich leider nicht stoppen da liegt auch, da sind nur mehr Trucks ich bin vielleicht noch hinterherlaufen und zwar sehr schnell 1 2 4 4 4 Wohlschwieg! Da hat man eine neue Rampe gehört. Was soll das denn? Tiff you! Mein Gott, ist Tiff you! Wann? Das ist so schlecht! Hä?! Hält die ganze Zeit die Disco-Cool aufs Kopf! LOL! Und dazu stand sein Name zweimal im Chat! Als er gestorben ist! Aber was denkt man sich dabei bei so einem Spiel? Zuerst mal hat er auf seinem Kopf die Disco-Kugeln und tanzt nicht! Erste Sache! Zweite Sache! Sein Name im Chat stand er zweimal als er gestorben ist! What the heck? Ist das ein Hacker oder was? Raus, Digga! So ein kleiner... Er hatte Disco-Cool auf den Kopf! Er hat mich getanzt! Er hat mich einfach angegriffen! Was ist das? Er hat sich selber einen Buckyball abgeworfen! Er hat Disco-Cool aus seinem Kopf! Er kann mich anschießen! Hä?! Was ist das denn bitte? Ja, so hab ich mir auch grad gedacht! Wollap! 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 Dazu ist da jetzt wieder mein Kühl verschwunden! Wollap! Du! Ich frag mich wie eigentlich die Spieler die Sturm sterben können, das ist echt peinlich! Der Sturm macht grad einen Schaden und der Typ ist da drin gestorben! Wollap! Wo der Sturm einschlafen macht! Pro Sekunde! Das heißt 60 Sekunden, 60 Schaden, das heißt 100 Sekunden! Du bist du nicht! Wenn du keine Bandaschen hast! Müll! Geht! Oh! Ich nehme jetzt nach oben! Ah! Okay! Zurück! Tuch, Tuch! Pflanz! Sturm! Ich nehme den Schaden, die sind bei der Sturm. zwar ein Schade. Das war's. Noch mehr. Ich baue mir lieber einen Tisch. Ich baue mir lieber einen Tisch. Ich baue mir lieber einen Tisch. Ah! 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 Du kleiner Hacker! Stirb! Ah! Well, der tut 3 babies mehr an! Alter! Die sind die Schweizer! Sie wollen mich echt umbringen! Den zwei Haller habe ich noch umgebracht mit richtig kranker Sektik! Oh ja! so einbauen und noch mal fahrrad über 150 schaden kassierende ja und dann noch mal ein bisschen benötigt lecker schmecker machen das hat lecker gespeckt man wollte sehr lecker gespeckt ein bisschen wenn ich übernehmen ich mit ghost stone wenn nichts offen zu machen eher eben da wo ich nicht getroffen bin so, jetzt hab ich ihn perfekt genommen weil so kann ich auch nicht getroffen nein, da drauf bitte Sack Ich sehe da so'n kleiner Trial da Jetzt Damm 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 Ehm EIN M Damm Damm Untertitelung. BR 2018 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 Das ist richtig gut geschlagen, obwohl ich drei Biggys hatte, dass ich mega krank geschlagen wurde. Obwohl ich drei Biggys hatte. Ich bin schon erwähnt.